Musik Joho, Maika-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildcrafter. Das leckt gerade wieder... Oh Gott, es ist draußen. Glaube ich, es schneit draußen und es ist dunkel und ich leg... Nein, es ist nur dunkel, weil es draußen schneit. Nee, regnet. Schnee, Regen, Schnee. Ich weiß auch nicht. Och Mann, muss das jetzt sein? Ich habe Offscreen ein bisschen gearbeitet. Alter, was ist denn mit meiner Webcam los? Ich habe Offscreen ein bisschen gearbeitet. Ich stelle mal gerade die Webcam ein bisschen anders ein. Joho. Ich weiß es nicht. Der Weißabgleich springt... Wow, der Weißabgleich hat auch... Hallo, Weißabgleich... Huch. Okay, jetzt sieht es einigermaßen normal aus. Moment, die Webcam braucht wieder einen Moment. Ich habe Offscreen ein bisschen gearbeitet und hatte auch die letzten Tage nicht viel Zeit aufzunehmen. Dementsprechend fehlen uns jetzt so ein paar Wildcrafter-Folgen und ich habe auch keinen Vorrat mehr. Und ich bin auch gerade alleine hier drauf. Ich werde wohl gucken, dass ich heute Nacht eine Wildcrafter-Session vielleicht mit ein paar Leuten anleiern kann. Und ich möchte mir auch für Wildcrafter ein Ziel und einen Weg setzen, den ich verfolgen möchte. Weil momentan ist mir das jetzt Play, wenn ich es zumindest mal alleine spiele oder wie wenige sind, wie soll ich sagen, es ist mir zu fad, dann gehen, dass ich viel herumsitze und versuche zu farmen und Kuchen zu backen. Das ist dann mit mehreren Leuten zusammen, ist das immer sehr lustig. Ich aber so, wenn ich mal wieder so alleine bin, ich möchte was, ich möchte Aufgabe haben, ich möchte was zu tun haben, ich möchte hier arbeiten können, ich möchte jetzt überarbeiten können, ich möchte, ja, was soll ich sagen, ähm, wenn ich dann schon alleine spiele, einen Ort haben, an dem ich quasi meiner Arbeit im Spiel nachgehe und da irgendwas erreichen kann. Nee, ich gehe da nicht raus, das sind bestimmt Creeper und all so ein Kram. Ich habe offscreen ein bisschen gearbeitet, den Baum weggemacht, zwei Bäume, um genau zu sein, und dann noch einen dritten Baum, weil während ich den weggemacht habe, ist ein Sapling runtergefallen, hat sich eingepflanzt und es ist noch so ein riesengroßer, blöder, prähistorischer Baum. Ich hatte richtig Glück, wie man merkt. Bitte nicht singen im Hintergrund, danke. Ich habe die Musik mal ganz leise gestellt. Ich hoffe, das passt für euch. Und das Leck, dadurch, dass es da draußen so am Schneien ist, ist ganz schön rum. Ich nehme mir mal Kuchen einfach mit, weil das so ein ganz gutes Essgut ist. Das ist übrigens das Holz, was übrig geblieben ist. Ich habe auch nicht alles aufgesammelt. Das ist teilweise auch einfach, während ich auf dem Baum saß und, äh, wie eine Verrückte den Baum, ähm, bearbeitet habe, damit er ent... Also es war eine Sisyphus-Arbeit, ne? Ist einfach auch wahnsinnig viel despawned. Und wir haben jetzt 64 Lata-Saplings. Die sind mit Vorsicht zu genießen. Also am liebsten würde ich jetzt einfach in die Minen gehen oder so ein bisschen farben. Ich hoffe, hier sind einfach keine Viecher. Ich hoffe, es ist einfach sehr... Ich gehe jetzt einfach hier runter. Das waren unsere Minen. Die nehme ich auch mal irgendwo hinein. Hm. Irgendwo war doch auch... Hier war der Eingang. Alles klar. Vielleicht lag das dann nicht mehr so. Alter, der Regen, ne? Das lag. Nur weil um mich drum herum diese Regeneffekte geladen werden. Ähm, das könnten wir hier auch mal ausleuchten. So, wir hatten die Fackeln immer rechts gesetzt, ne? Wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Ja, ich möchte mir, wie gesagt, ein Ziel setzen. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie dieses Ziel aussehen wird. Ich höre was. Ich glaube, ich höre ein Skelett. Ich muss mal... Ich muss das mal lauter stellen. Viel lauter stellen, bitte. Alter, es ist doch draußen wieder so laut. Können die mal aufhören, alle mit Mopeds durch die Gegend zu fahren? Hier war ich, glaube ich, zum Beispiel noch nicht. Es sind auch überall so dunkle Ecken, die definitiv mal ausgeleuchtet hören. Geh hören. Und ich weiß noch nicht genau, was dieses Ziel sein wird. Ähm, ich möchte auf jeden Fall in Wildcrafter mehr erreichen. Und, ähm... Ich glaube, dieses... Das Bauernhaus ausbauen könnte genau das sein, was wir unbedingt noch machen sollten. Ich höre Spinnen. Also irgendwo wird es hier wohl noch... Ja, hier waren wir noch nicht. Hier ist es dunkel. Sehr gut. Ähm... Ich denke mal, das Bauernhaus und ein riesengroßes Feld drumherum und eine Verbindung mit einer Bahn zu unserem anderen Haus wird unser, äh... Großprojekt. Das könnte... sich ganz schön hinziehen, bis wir das schaffen. Dafür brauche ich auf jeden Fall mal eine... Ich muss das und das Farben-Liste. Alter, hier ist einfach so viel... offenes Gebiet. Ich habe auch übrigens nicht mehr so viel Rüstung, was mich persönlich so ein bisschen, ähm... gruselt. Ich habe nicht mehr so viel Rüstung. Die ist fast kaputt. Alter. Alter, was kommt da an, ey? Au! Ah! Ah! Ich bin schwul verjagt. Komm neu her, du. Komm her! Trau dich! Trau dich! Trau dich! Wieso hat das so einen Hall-Effekt, wenn ich in der Höhle bin? Lol. Wo ist denn jetzt die Spinne hin? Aha. Seit wann hat Minecraft einen Hall-Effekt, wenn man in der Höhle ist? Moment, das mit dem Hall-Effekt kann ich auch. Hier, jetzt bin ich in einer Höhle. Okay, gut, Leute. Wir sind in einer Höhle gefangen und... Das ist mir irgendwie neu, dass das dann halt, wenn man in einer Höhle ist. Das ist mir wahrscheinlich vorher nicht aufgefallen. Das war, glaube ich, Lapis. Ähm. So. Da sind Schmetterlinge und Lava. Vor Lava habe ich ein bisschen Respekt, ich habe keinen Wassereimer mit dabei. Nee, wir müssen erst Wasser finden, um das... Schmetterlinge und eine Fledermaus, die haben wahrscheinlich ein etwas complicated relationship. Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten würde ich ganz gerne euch in den Kommentaren bitten, dass ihr mir schreibt, was ihr gerne im Wildcrafter-Projekt sehen möchtet. Ja? Dass ihr mir schreibt, was ihr gerne sehen möchtet, mit wem ihr das gerne sehen möchtet, was ich machen soll, ähm, was wir entdecken sollen, was wir vielleicht bearbeiten sollen und, äh, in welcher Form und wann und wie. Also, einfach mal eure Ideen raushauen. Und ihr sagt, ja, nee, mich interessiert total gerne das und das Crafting und ich würde gerne mal sehen, wie das jemand macht. Schreibt's in die Kommentare. Ich versuche, ähm, dann quasi so eine Art Konzept für mich aufzubauen, was wir hier alles anstellen können. Meine Franz zum Beispiel hat sich sehr ganz geschick gemacht. Der hat ja gesagt, dass er, ähm, ob ich irgendwas übersehen habe, an Eisen, dass er sein Sushi-Restaurant aufmacht und dann hat er halt etwas, woran er da arbeiten kann. Das finde ich halt ziemlich praktisch. Ähm, ich persönlich hätte halt wirklich gerne die Bäckerei und ich bin jetzt am Überlegen, ob wir, und das möchte ich euch jetzt mal fragen, bevor ich an unsere Wildcrafter herantrete, ähm, uns nicht einen Ort raussuchen, den, ähm, man gut bebauen kann, in einem angenehmen, nicht so läckenden Gebiet, ähm, wo wir uns ein Dorf aufbauen. Soll heißen, jeder baut dort einen Laden, ein, ein Haus und, äh, was auch immer er sonst noch aufbauen möchte, aber so richtig dorfmäßig. Also ich finde, Wildcrafter ist, erst mal ist es sehr gut angelaufen mit vielen Kollegen und man hat dort, ähm, erst mal in Ruhe quasi das machen können, worauf man Bock hatte und jetzt würde ich, ich würde gerne projektmäßiger da rangehen. Ich würde gerne was daraus machen, mehr daraus machen, weil ich finde, wir harmonieren alle ziemlich gut miteinander, es sind alles unglaublich nette und lustige Leute und wir können sehr viel Spaß miteinander da haben mit dem Projekt und da bin ich halt der Meinung, dass wir uns so ein Dorfprojekt anlachen sollten, dass jeder so, ähm, quasi sich im Dorf verwirklicht. Dann macht der eine vielleicht eine Pseudokirche auf, der andere, also ich würde halt gerne einen Marktplatz haben, an dem meine Bäckerei steht. Dann kann man noch ein paar Wahrzeichen aufbauen und so weiter und so fort, also das Ganze so ein bisschen drüber hinaus entwickeln. Mal hier, da ist noch ein. Alles klar. Dann machen wir hier ein bisschen mehr Fackeln, denn irgendwie, irgendwie ist es unglaublich dunkel mit diesem Shader manchmal. Und ich fände deswegen, ähm, die Idee, ein Dorf aufzubauen, richtig gut. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin der Meinung, dass das eigentlich, ähm, jetzt mal langsam fällig ist. Also wir haben schon über 50 Folgen, ich weiß gar nicht, ich weiß wievielte Folge Wildcrafter das ist. Oh, jetzt habe ich die Fackel weggemacht. Naja, die war ja auch jetzt an der Stelle wieder zu viel. Viele haben, glaube ich, auch schon mehr als ich. Ich habe das ja auch eine Zeit lang nicht täglich gebracht, dann habe ich es wieder täglich gebracht. Und momentan macht es mir mehr Spaß als das normale Minecraft, deswegen spiele ich halt gerne jetzt lieber Wildcrafter. Und hat es momentan, das ist das aktuelle Minecraft-Projekt, wo ich ganz normal so meinen Vlog mache, erst mal auf Eis gelegt. Auch dahingehend, dass viele Themen, die ich da ansprechen würde, ich bereite gerade Vlogs vor. Also ich bereite gerade Vlog-Content vor, Themen, über die ich gerne reden möchte, ein bisschen gebündelter und direkter und nicht einfach so während Minecraft verwurstet, sondern ich möchte mich für die Kamera setzen, ich möchte vielleicht ein paar Sachen rausrecherchieren, euch Screenshots zeigen, euch Bilder zeigen, Filme zeigen und mit euch über Themen reden, die ich nicht nebenbei in Minecraft thematisieren möchte. Schlicht und ergreifend, weil es Themen in dieser Welt gibt, die haben es nicht verdient, dass sie Seiten-Content sind oder Erzähl-Content, sondern entsprechend, ja, entsprechende Hauptrolle in einem Video spielen. Und beim Vlog-Kanal, da habe ich jetzt konzeptionell ein bisschen dran gearbeitet. Ich werde da noch gucken, muss jetzt gerade mal finanziell so ein bisschen bei mir schauen, wie das so klappt, wie wegen Intros und so weiter und so fort, da habe ich halt Sachen im Kopf, die ich gerne umgesetzt haben möchte, wobei ich mich mal noch jemanden suchen muss, der das machen kann. Und wir wenigstens mal wieder ein Level ab, bis wir wieder sterben. Und dann sind wir wieder ohne Levels da. Ich hatte schon so viele Level, ich bin die ganze Zeit nicht gestorben in dieser Projektsache und dann sowas. Ja, also ich finde Stadt ziemlich cool, die Idee, dass wir sagen, ja, wir bauen eine Stadt auf in dem und dem Stil. Vielleicht ist jetzt meine Idee schwedisch, also so vom Artstil, die Art und Weise, wie es gestaltet sein soll. So schöne kleine rote Schwedenhäuser quasi. Ah ja, hier war die Sackgasse, dann kann man hier hoch. Und dass das vielleicht irgendwie auch so in so einer flachen bis bergigen Landschaft irgendwo ist, wo es halt nicht so laggt, der wir gut miteinander spielen und craften können. Und dann kann man auch wirklich sowas wie kleine Shops aufbauen, muss ich mal gucken. Fände ich ziemlich cool, würde mir viel Spaß machen. Und dann war halt einfach auch die Überlegung, weil es so viel Spaß macht, auf dem Server zu spielen, mit Leuten zusammen zu spielen und aufzunehmen, ob ich das vielleicht auch ein bisschen auf meine normale Minecraft-Karte ausweite. Ich weiß es noch nicht, wir schauen uns das mal an, ob das was ist. Aber gerade im Moment habe ich an Wildcrafter irgendwie, weil ich da mehr zu tun habe, weil es da mehr gibt, mehr Freude. Wie gesagt, wir sind die Vlog-Themen, die wir sonst in der Daily Dose Minecraft beziehungsweise im normalen Minecraft-Let's-Play durchgegangen sind, die sind mir einfach auch momentan zu wichtig, als dass ich die als Rand-Content eines Spiels gestalten möchte. Ich hoffe, ihr versteht das. Ist auch für mich gar nicht so einfach, jetzt nach dem Urlaub, es ist sowieso das Sommerloch, das YouTube-Sommerloch, wie man es immer so schön nennt. Da gehen die Views runter, die Kommentare sind ganz grauenvoll, im Stimme ist das los. Hi, Hallo, Erster, Zweiter, wo du dir einfach denkst, ja, Feedback, ich mache das, ich meine, was, 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 oh, ich kann es nicht mehr einlagern. Was kriegt man dann als YouTuber, als Feedback für die Videos, die man erarbeitet und macht und gestaltet? In der Regel kann man sich darüber freuen, dass man ein bisschen Geld damit verdient, das ist wenig pro Video berechnet, aber man hat das ja mal unter einem anderen Tenor angefangen, jeder YouTuber hat, also fast jeder YouTuber hat mit dem Tenor angefangen, ey, ich will lustige Videos machen und Leute unterhalten und das Problem dabei ist schlicht ergreifend, dass du manchmal das Gefühl hast, du redest mit einer Wand und dein Content läuft gegen eine Wand, weil niemand auf das, was du machst, reagiert und keinen contentbezogenen Kommentar schreibt und eigentlich macht man YouTube halt wegen der Kommentare, nicht wegen der Aufmerksamkeit, sondern wegen der Kommunikation und dem Feedback. Du kannst nur, du hast nur diese Entscheidung für dich, dieses ich habe was gut gemacht oder den Content, den ich bringe, den gucken sich Leute gerne an, du kannst das nur entscheiden, wenn du Feedback bekommst. Ich bin schon jemand, der sich wie blöde über die Likes freut und darüber, wenn ich sehe, dass Leute das auf Twitter teilen, umso mehr, ich bin ja ein sehr Twitter-aktiver Mensch, ich lese alles, was ihr mir auf Twitter schreibt, also da geht mir nichts, ich kann nicht immer antworten, aber ich lese definitiv alles. Wie spielt Hammer es denn jetzt schon? Alles gut. Ich habe gleich noch einen Termin, deswegen. Und ich habe halt, ich habe halt diesen Gefallen gefunden, zunächst mal an YouTube, weil, ich bin eine Facke mehr? How good this happened? Na gut, dann machen wir noch welche. Wegen diesem Austausch und dieses direkte Feedback auch für Dinge, ich habe mir ja Mühe gegeben bei all den Sachen, die ich gemacht habe, ganz besonders früher, meine Tutorial-Videos, die waren ja sowas von aufwendig, das konnte ich eigentlich auch, das konnte ich eigentlich auch nur machen, weil ich ja zu der Zeit quasi arbeitslos erstmal war, vorübergehend. Und da war dann halt die kleinste, die kleinste positive oder kritische oder je nachdem was, das war halt einfach die Bezahlung dafür, für die Arbeit, die man sich gemacht hat. Und im Sommer noch auf YouTube und gerade als Let's Player ist das halt sehr schwierig, man kriegt halt deutlich weniger Kommentare dann, auch wenig content-relativ bezogene Kommentare und ich verstehe das auch, warum, ich habe ja auch oft Probleme, was soll ich denn content-bezogenes schreiben, gebe mir aber bei den Leuten, die mir da was bedeuten, immer sehr viel Mühe, damit sie halt einfach auch, ja, ich bin noch da, ich geließe mir das durch oder ich höre mir das an, was ihr macht und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein, das ist halt so ein Ding, ähm, ey, erstmal hier vorsichtig aufhören und keine Lava auf den Kopf kriege, ich kriege jedes Mal habe ich so ein bisschen Schiss, wenn ich oben was wegbude. Das ist halt so ein Ding, das macht es auf YouTube halt nicht leicht. Wir haben halt gerade Sommer noch und sich dann aufzuraffen, Content zu produzieren, ist manchmal gar nicht so einfach, weil man hat einfach so das Gefühl, man redet, wie gesagt, mit gegen eine Wand und das habe ich halt momentan teilweise ganz krass, also die Views sind immer noch da, aber es schreibt einfach keine Sauberes und du denkst einfach so, hallo, ist das denn jetzt, aua, ey, dann denkst du dir einfach, ist das okay und, und, oder habe ich was falsch gemacht oder ist das nicht kommentierwürdig und so weiter und so fort und sich dann aufzuraffen und gerade eben dann so Minecraft-Content zu produzieren, dann so Minecraft-Content zu produzieren, der, ähm, ja, Vlog-ähnlich ist, bei der ich ja quasi sehr darauf angewiesen bin, mit euch zu kommunizieren und Infos zu hören, ob es euch gefällt oder was ihr denkt und so und man, man kriegt dann da kein Feedback, dann macht das keinen Spaß, dann ist das, dann ist das anstrengender, als es eigentlich sein sollte. Okay, da ist noch so ein Dude, dann esse ich jetzt was, dann kannst du hier rumkommen, ich schlage dir auf den Kopf, komm her, und was essen. Wo zum Henker bin ich jetzt überhaupt? Diese Höhle ist viel größer, als ich gedacht habe und ich habe viel zu wenig Essen mitgenommen und ich sollte unbedingt auch Erde ausgerüstet haben und das Ganze haben wir mit diesem wunderschönen Hall-Effekt. Hall-Effekt! Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe den Hall-Effekt eingestellt und es war nicht irgendwas anderes. Sollte es aber sein. Alles klar, dann würde ich mich mal hier durch. Oh, hier geht es auch noch weiter. Lava. Ach, hier war ich schon mal. Ah, wir sind hier. Alles klar. War so ein kleiner roter Umgang. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt weiter verfolgen möchte, die hier erstmal ohne Wasser einmal dabei zu haben. Ich glaube nicht. So, gut. Das war so ein bisschen die Statusmeldung zu Minecraft. Statusmeldung zu Wildcrafter. Statusmeldung zu meinen Videos. Oder Hilfe. Vergewaltigung. Und dem, was mit dem Minecraft-Projekt passieren soll. Ich bin der Meinung, das mit dem Dorfplatz ist eine coole Idee. Was ich als nächstes machen soll und wie ich das ausbauen soll, muss ich mir halt auch sagen. Ich möchte halt eigentlich wirklich gerne meine Bäckerei als Projekt halt haben. Dafür brauche ich aber erst mal meinen Bauernhof. Meinen großen Pflanzenhof, in dem dann halt alles vorhanden ist, was wichtig ist, um eben diese Bäckerei betreiben zu können. Also ganz große Weizenfelder. Und ich würde wirklich gerne riesengroße Weizenfelder anlegen. Ihr wisst, dass ich das schon häufiger gemacht habe und dass mir das sehr viel Spaß bereitet hat. In dem anderen Minecraft-Display. Und ja, da wäre ich dann mal auf euer Feedback gespannt. Ich glaube, hier geht es dann raus, wenn die Fackeln auf der Seite sitzen. Ja. Da sind noch Zombies. Das kann ich mir auch denken. Da geht es ja auch noch irgendwo rein, wo es dark ist. Und hier müsste es erst mal wieder zurück nach Hause gehen. Zumindest hier lang. Korrekt. Machen wir hier noch eine Fackel hin, weil es ein bisschen dunkler an der Stelle ist. Jupp, da sind wir wieder an unserem einen öffentlichen Gang, der auch immer sehr dunkel ist, mir sehr dunkel vorkommt. Zum Beispiel mit dem Skelett da oben, das da steht und den geilen Bogen hat. Wo ging es raus? Wo ist das hier, Mann? Da nicht. Ich will mal die Fackeln auf der Seite halten. Hier irgendwo nach oben oder so. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich glaube, ich muss da raus. Sieht für mich so aus, als ob es da nach oben ging. Ja, das ist cool. Das wollte ich mir vielleicht mal markieren, dass ich auch weiß, dass es da raus geht. Okay, ich würde jetzt erst mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, für eure Kommentare, für euer Feedback zu den Projekten, zu Minecraft, was wir machen sollen, wie wir das machen sollen und so weiter und so fort. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt und wie sich dann dementsprechend auch das Projekt entwickeln wird, was meine Kollegen sagen werden, ob sie die Idee gut finden, ob sie das auch machen wollen. Oh Gott, sehr Dank ist das Tag draußen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Wildcrafter, dann nicht mehr alleine, dann hoffentlich wieder mit einer größeren Session mit mehreren Leuten. Übrigens nicht hier so, ich habe noch so ein paar Bäumchen mehr gepflanzt. Da drüben habe ich auch mal die vermehrt, um zu gucken, wie die aussehen, außer dann werden die nicht so riesig. Und den einen großen, da habe ich gelassen, aber den hier, den habe ich komplett eliminiert. So. Ja, sieht doch eigentlich ganz cool aus. Was macht die Kuh da oben? Wie ist sie da hingeguckt? Ach, wegen dem da. Deswegen büchsen wir meine Kühe aus. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, ob wir die Kühe ausbüchsen. So, kann das nicht mehr passieren. Ich gehe da rein! Oh, nein. Nein. Hopp, rein da. Rein, rein da. Fast. Vielleicht geht es jetzt für ihren Kumpels. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen.